Ich habe Rise of the Ronin schon spielen dürfen und ich kann euch eins sagen, euch wird's gefallen. Heute habe ich wieder mit Hiro von einfach japanisch gesprochen und zwar über die Story von Rise of the Ronin, aber auch ein bisschen über das, was ich schon im Game erlebt habe. Bleibt dafür unbedingt dran. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und heute wieder ein Video mit dem lieben Hiro. Das ist Teil 3 unserer Videoreihe, also gerne mal Teil 1 und 2 angucken, beides unten verlinkt. Hallo Hiro, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hi, hi, alles gut? Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch da drüben in Japan aktuell. Bestens, abgesehen von dem Wetter. Ich meine, ich hatte die ja ganze Zeit irgendwie Regen und Regen und Regen. Normalerweise ist der Winter ein bisschen wärmer und auch ein bisschen sonniger, aber irgendwie habe ich Pech. Kann man nicht immer kontrollieren, gerade wenn es Richtung Kirschblüte geht, will man ja eigentlich tolles Wetter bald haben. Wer weiß, in einem Monat. Also wenn ich weg bin, wird's wärmer und dann blühen auch die Kirschblüten. So schauen's aus. Aber man kann nicht alles haben. Ja, heute geht's aber um die Kirschblüten in Rise of the Ronin. Die gibt's nämlich, die habe ich auch schon gesehen. Ich habe's ja auch schon gespielt. Und wir sprechen heute über, ja, das dritte Behind-the-Scenes-Video zur Story. The Cause heißt das Ganze. Auch wieder unten verlinkt, das Original von PlayStation. Wir gehen so ein bisschen darauf ein, was macht nochmal die Ronin aus und so weiter. Sprechen aber dann auch vielleicht ein bisschen über die ersten Erlebnisse im Spiel, nachdem ich es jetzt schon antesten durfte, für euch ein bisschen, ja, ausprobiert habe. Ich bin sehr gespannt, Hiro, was du so sagst zu dem, was ich auch erlebt habe. Aber ich kann sagen, bislang ist es wirklich so, wie man das eigentlich schon angeteast bekommen hat. Also das Ende des Shogunats ist direkt das Thema. Weißt du, ob es damals auch bei den Ronin wirklich so war, dass die alle gegen das Shogunat waren? Oder war das gemischt? Das war tatsächlich sehr unterschiedlich. Vor allem waren die Ronin ja auch einfach herrenlose Krieger, ehemalige Samurai oder Krieger gewesen, die trotzdem den Geist des Kriegers hatten. Und sie wollten ja halt auch, haben auch nach Herren gesucht. Und unterschiedlich waren natürlich alle ihre Meinungen. Manche waren natürlich pro Shogunat und manche natürlich anti-Shogunat. Und es gab auch dann später Leute, die auch dann zu, ja, Ronin bzw. Loshi, je nachdem, wie sie es genannt haben, wurden aus Bauern. Das war auch zum Beispiel der Anfang von der, ja, so sogenannten, ja, ich würde sagen, man kann die auch als Leibwächter, Leibgarde nennen, von der Stadt Kyoto erstmal. Auch dann Shinsengumi. Diese Truppe wurde von Leuten geleitet, die ursprünglich Bauern waren. Und die haben sich dann hochgearbeitet und die waren dann pro Shogunat zum Beispiel. Und es gab auch Leute, die auch sicher von einer zur anderen Seite gewechselt haben, aus welchem Grund auch immer. Sei es durch Überzeugung oder Überredung oder sowas. Aber man sollte zumindest auch nicht ständig die Meinung ändern, weil sowas spricht sich auch schnell rum. Ja, von daher eignet sich ja so ein Ronin eigentlich auch perfekt, um den Protagonisten oder die Protagonistin zu sein, weil es ja alle sein konnten. Wir können ja wirklich erstmal direkt schon Charakter erstellen, haben da richtig viele Flexibilität, können das gesamte Aussehen anpassen und haben ja auch immer unsere Zwillingsklinge dann mit dabei. Da hatten wir ja auch schon mal im ersten Video so ein bisschen drüber gesprochen. Du hattest ja gesagt, es gab gar nicht so diese berühmten Duos damals, in der Bakumatsu-Ära zumindest, wo wir jetzt sind. Also es gab dann nicht unbedingt Duos, aber natürlich so ein Team, weil es einfach natürlich immer so war, mit mehr ist mehr und dann bist du auch stärker und das dann halt strategisch dann einfach überlegen. Das ergibt total viel Sinn. Du kannst das Spiel ja auch im Koop spielen mit mehreren Leuten und dann hast du ja auch wieder ein Team. Ja, agierst dann offen oder im Schatten, je nachdem, um gegen das Shogunat in diesem Fall jetzt erst einmal vorzugehen. Und das finde ich auch halt so spannend. Diese ganze Ära und die ganze Ästhetik von dem Spiel strahlt da schon so früh aus, diesen Konflikt aus zwei Welten. Weil eine der ersten Waffen, die du findest, ist halt dann das amerikanische Gewehr. Das ist nicht das Gewehr, das ist das amerikanische Gewehr. Und dann als nächstes findest du dann Shuriken. Schon mal was Neues, ja. Würdest du sagen, so Shuriken wurden die damals wirklich häufig benutzt eigentlich? Diese Wurfsterne, sie wurden also zwar häufig benutzt, ich meine, man sieht ja auch so den ganzen Ninja-Filmen, wie sie, oder auch im Spiel natürlich, wie sie einfach mit den ganzen Wurfsternen um sich werfen. Macht so einen Eindruck, als hätten sie da immer so Hunderte davon in der Tasche. Aber praktisch waren sie tatsächlich nicht so wirklich und das war auch keine Waffe, um jemanden zu besiegen oder auszuschalten. Es war dann hauptsächlich so, sie hatten irgendwie maximal zwei, drei in der Tasche und das war einfach ein Ablenkungsmanöver. Sie wurden einfach benutzt, um andere abzuschrecken, abzulenken und dann auch zum Beispiel wegzulaufen oder dann anzugreifen. Und das war eigentlich so die, ja, häufigste Funktion von Shuriken. Also nicht als wirklich als, ja, gefährliche Waffe, wie man eigentlich denkt. Da gab es aber auch so verschiedenste Formen, vor allem also diese zackigen, die sternförmigen sind ja so die bekanntesten. Aber es gab doch so eine stabförmige, was man besser verstecken konnte oder auch so ein bisschen mit acht Zacken und so. Aber die waren alle eigentlich auch sehr schwierig zu werfen, wenn du richtig zielen wolltest. Also nicht für Anfänge geeignet, daher auch dann zum Teil nicht so beliebt. Das kann ich verstehen. Da ist dann halt so ein Hinterladergewehr wahrscheinlich deutlich einfacher, wo man drauf zielen muss. Das ergibt auch total viel Sinn, was du sagst, weil im Spiel sind die Shuriken relativ schwach. Aber das Gewehr zum Beispiel oder der Bogen extrem stark liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass es einfach schwierig zu handeln war. Ein bisschen wenig Schaden, aber kurz abgelenkt und dann konnte man vielleicht fliehen oder oder die Zwillingsklinge konnte dann von hinten drauf hauen. Also der Kampf ist ja auch sehr Zwillingsklingel-lastig beziehungsweise kooperativ im Team. Das ist hier schon eine große Rolle, also die Gemeinschaft, die da zwischen den Bloninen gab. Ja, es ist ja auch nicht nur die Zwillingsklingel, sondern auch immer diese Verbündeten, mit denen du dich also anfreundest. Und du hast ja oft dann Mitkämpfer. Ja, dieses Bonding-System, das habe ich jetzt auch schon erleben dürfen. Du lernst dann Charaktere kennen, die auch einen historischen Hintergrund haben. Und mit denen kann man dann zusammen was machen. Man macht Missionen mit denen und dann steigert man die Bindung. Kann vielleicht auch versuchen, dann mit anderen das nochmal zu machen. Also das ist schon eine ganz coole Sache. Oder man hat eben einen Koop-Freund dabei. Das ist halt auch denkbar. Gleich am Anfang der Geschichte besiegt man dann oder probiert, gegen den Perry vorzugehen. Könntest du nochmal ein bisschen was zum Amerikaner Perry erzählen, der eigentlich so der Ausgang von unserem Trip ist in Rise of the Ronin? Ja, er ist auch eigentlich so der Ausgang oder beziehungsweise der Anlass, weswegen Japan sich geöffnet hat. Also er kam ja rüber und wollte dann einfach einen Stützpunkt in Japan haben, um auch damit Amerika auch nach Asien so weiter reisen konnte. Also reisen ist gut, aber um halt dann andere Länder zu erobern. Da war Japan relativ günstig gewesen. Und er wollte halt mit seinen Kriegsschiffen und Dampfschiffen dann so Japan ein bisschen unter Druck setzen. Und das Land zum Öffnen zwingen und auch damit Amerika auch einen Handel öffnen kann. Anfangs hat er auch mit dem Handel nicht geschafft, aber ihm ist gelungen, dass Japan sich öffnet, zumindest mit zwei Häfen. Und das war so der Anfang. Und danach kam noch ein anderer Amerikaner. Er war definitiv der Anfang und auch jemand, der es geschafft hat, dass Japan sich ändert. Weißt du, ob einer dieser Häfen Yokohama war vielleicht? Noch nicht. Das gehörte nicht zu den ersten Häfen, genau. Das heißt, da war es dann noch nicht so amerikanisiert. Genau, also noch ein paar Jahre später. Ja, in der Geschichte findet man dann auch recht schnell eine Kamera. Weißt du irgendwas über Kameras damals in der Wakumatsu-Ära in Japan? Ich glaube, das wurde kurz davor schon importiert, aber nicht von Amerikanern, sondern von einem Holländer. Irgendwie so in den 40ern, also 40ern, nicht 1940, sondern 1840. Wakumatsu-Ära ist ja dann 15 Jahre später ungefähr und da war die Kamera schon in Japan da. Und es gibt auch dann die ersten Fotos in Japan. Natürlich auch, um praktisch zu fotografieren, nicht einfach Knips und das Bild war da, sondern du musstest lange davor stehen bleiben. Noch wie die alten Lochkameras mit so einer 10-Stunden-Belichtung. Gut, 10 Stunden nicht, alles ausgebrannt. Vermutlich ungefähr so ein paar Minuten musstest du da stehen bleiben. Ja gut, wahrscheinlich ist es im Spiel dann ein bisschen anders. Wäre ja schon ein nettes Feature, um ein paar Urlaubsfotos zu machen. Das wäre eigentlich auch witzig, so richtig originaltreu und du musst dann irgendwas finden und dann wartest du da zwei, drei Minuten, um das Bild zu schießen. In Echtzeit. Ich glaube, die wenigsten hätten die Geduld. Du vielleicht, aber ich muss ehrlicherweise gestehen, ich würde wahrscheinlich weitergehen und dann die Kamera wiederholen, wenn es fertig ist. Sehr wahrscheinlich. Zumindest würde ich mich dafür entscheiden. Entscheidungen spielen ja auch in Rise of the Ronin eine Riesenrolle. Man kann sich manchmal vielleicht auch so ein bisschen für oder gegen das Shogunat entscheiden. Geschichtlich hatten wir ja schon in einem ersten Video zu dieser Reihe, hatten wir ja schon gesagt, ja, der Ausgang ist klar der Geschichte. Also das ist das Ende des Bakufu. Das hast du so formuliert und das Shogunat ging zu Ende. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn man sich jetzt als Spieler zum Beispiel für die falsche Seite entscheidet oder die Verliererseite unterstützt und am Ende dann, was dann mit einem passieren würde? Ist echt eine gute Frage, aber ich glaube, dann würde ich, würde man zumindest die ganzen Hintergründe auch besser verstehen und auch die ganzen Beweggründe, warum man so entschieden hat und auch deine, sage ich mal, die Gewinnerseite auch dann besser verstehen, warum sie so gehandelt haben und so. Das, glaube ich, ist ganz gut, um beide Seiten mehr zu verstehen, dass man dann mehr Storytiefe dann hat. Aber noch weiß ich auch nicht, wie, was man überhaupt da einflussen kann. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also ein Beispiel ist es zum Beispiel eine der frühen Missionen, da sollst du gegen einen Hauptmann vorgehen und den kannst du entweder leben lassen oder töten. Und man weiß natürlich nicht so, was passiert dann? Geht der dann petzen an der falschen Stelle oder ist der sehr dankbar und beschützt dich dein Leben lang? Es sind ja sehr viele Sachen, die dadurch passieren könnten. Aber wie du schon sagst, ja, auch mal die andere Seite kennenzulernen, das fördert auf jeden Fall die Empathie zumindest. Vielleicht, wenn man dann doch mal auf Seite des Shogunats in einer Sache zumindest agiert. Ich glaube, grundsätzlich wird es schon dagegen gehen. Würdest du das machen oder weißt du, was du machen würdest? Oder sagst du dann irgendwie vom Entscheidung zur Entscheidung, das könnte so passen oder auch nicht? Oder ziehst du einfach die Linie durch? Persönlich würde wahrscheinlich das machen, wo ich davon ausgehe, dass es für mehr Menschen besser ist. Grundsätzlich denke ich, dass das Ende des Shogunats vielleicht schon eine gute Sache wäre für Japan und die Demokratie dann zum Beispiel auch kommen kann. Also ich würde mich wahrscheinlich so entscheiden, aber jetzt nicht, wenn ich dafür ein ganzes Dorf abmetzeln müsste. Also das würde ich dann, das ist schwierig. Ich bin gespannt, vor welche Entscheidung man noch so gestellt wird, weil die jetzt am Anfang, die haben schon so ein bisschen geteased, wo es hingehen könnte. Gerade auch mit der Zwillingsklinge, von der ist man ja getrennt. Aber man erstellt die wirklich am Anfang, man erstellt beide Charaktere und die Zwillingsklinge spielt eigentlich eine ganz zentrale Rolle. Und man verliert die dann auch recht schnell. Bin auch dann sehr gespannt, was für Entscheidungen da überhaupt auftauchen. Total, ja. Also ich finde sowas immer super cool. Politik spielt ja generell eine recht große Rolle in dem Spiel, aber es geht ja um einen politischen Konflikt. Und das siehst du halt auch an den Charakteren. Einige haben zum Beispiel Patronen dann am Körper, um so ein bisschen das Amerikanische zu symbolisieren. Andere sind dann halt super klassisch, Shogunats nahe Edo-Stil. Haben die das damals wirklich so gemacht, um auch vielleicht Flagge zu bekennen? Sich wirklich mit, sag mal, westlichen, amerikanischen Sachen geschmückt, um diese Zugehörigkeit auszudrücken? Oder ist das mehr, ja, um das Spiel quasi so ein bisschen dahin zu branden, dass die Leute auch dieses Spielen verstehen, okay, das ist jetzt eine Person auf der Seite der Amerikaner oder eher auf Shogunats Seite? Das ist eher ein spielerisches Element, also um halt Leuten klarer zu machen, auf welcher Seite die Charaktere sind. Und tatsächlich war es dann auch so, dass auch für Pro-Shogunat-Leute auch sehr, ja, da waren die auch wirklich sehr offen waren und auch glaubten, dass man die Technologie aus dem Westen dann importieren müsste, um sich dann noch, ja, zu bessern und um stärker zu werden. Und auf der anderen Seite gab es auch bei Anti-Shogunats Leute, die gesagt haben, dass zum Beispiel Schusswaffen einfach unehrenhaft ist und dass man die auf keinen Fall verwenden durfte. Und sie waren strikter gegen und sie war noch sehr, sehr japanisch angezogen. Und auf der anderen Seite gab es dann auch Leute, die sofort dann gesagt haben, oh, westliche Seite, westliche Mode, das ist ja wirklich mega, nehme ich doch mal alles, was dann einfach gut aussieht. Ja, verstehe. Es klingt ja auch relativ natürlich und normal. Und man merkt wirklich von Anfang an diesen Konflikt, weil das allererste, was du machst, ist, du suchst dir eine Waffe aus, aber halt so eine klassische, auch über die, die wir gesprochen haben, Katanas, Zwillingskling, so ein bisschen kleinere Schwerter, Großschwerter, Speere, Stab. Das ist so deine Auswahl. Aber dann kommt eben schon direkt die Schusswaffe dazu. Du wirst direkt mit diesem anderen konfrontiert und dann findest du direkt noch einen Säbel. Das sind wirklich zwei Welten, die hier aufeinandertreffen. Und das finde ich auch schon in den ersten Stunden kommt sehr gut rüber. Und es ist super interessant zu sehen, weil man richtig, man hat einmal den Blick auf das Klassische und dreht sich einmal um und sieht diese Moderne. Das kann man einfach aus diesem Spiel rauslesen. Haben sie schon sehr gut umgesetzt. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn du es mal gespielt hast, dein Feedback da zu hören. Ja, freue mich auch echt drauf. Man ist auch echt ein Spiel, worauf mich seit Monaten freue. So Open World und dann auch noch diese spannende Ära. Und halt Japan als super spannendes Land noch dazu. Das passt ja ganz gut. Ja, wobei da die Perspektive wahrscheinlich anders ist. Also ich kenne ja Japan mehr als zum Beispiel Leute aus dem Westen. Aber umso cooler ist es dann vielleicht auch, diese Orte zu begehen, die man schon kennt aus der Moderne. Das stelle ich mir halt auch sehr, sehr spannend vor. Zum Beispiel durch einen Heimatort oder so. Ja, einige Orte, da habe ich auch echt Vergleichswerte und bin auch gespannt, wie es dann ausschaut. Ja. Und einige Sachen erkenne ich auch bestimmt wieder. Ja, da gehe ich mal von aus, gerade wenn so historische Gebäude dann noch stehen sollten und nicht zerstört sind. Aus welchem Grund auch immer. Ja. Was würdest du sagen, was macht Rise of the Ronin besonders? Hast du da schon eine Meinung zu? Besonderes wirklich das Setting, also das ist ja auch die spannendste Ära in Japan, in der sich das Land geöffnet hat und die ganze westliche, also die neue, komplett neue Kultur importiert wurde und dieser Mix und was die Leute überhaupt gedacht haben, so die ganzen historischen Hintergründe mitzubekommen. Und währenddessen gab es auch wirklich zahlreiche, ja, nahezu heldenhafte Charaktere, die auch dann für unterschiedliche, ja, Gesinnung, Glauben, Überzeugung agiert haben. Und diese zu sehen, dieses Setting ist wirklich einmalig und ich würde sagen, sowas gab es eigentlich nur in dieser Ära, in diesen Städten in Japan. Und das macht Rise of the Ronin wirklich speziell und vermutlich auch sehr gut. Ja, es ist auch gerade spannend, eben in diesem Open World Kontext, die Storys, du kannst ja auch aussuchen, welche Geschichte erlebst du jetzt, an welcher Stelle und bist da relativ flexibel halt, das Setting zu erleben. Also das würde ich auch sagen, es ist wirklich, ja, das grundsätzliche Setting, die Zeit, ist super interessant. Ich persönlich wusste vor unserer Videoserie gar nichts über diese Zeit und ja, ich finde es einfach super spannend und bewegend. Gerade natürlich auch für Japaner wahrscheinlich hochinteressant, da mal diesen Zeitsprung zu machen in der eigenen Kultur und diesen Konflikt zu sehen, der ja dann, ja, für einige wahrscheinlich auch gut ausging, hoffentlich zumindest. Und genau dann wegen des Open World Settings sieht man auch so ein bisschen wahrscheinlich auch so das Leben von Leuten damals, wenn jemand so über hin und her läuft und schaut, was für Leute sind da und was für Berufe üben sie aus und was haben sie das alles gemacht? Bisher so, ja, genau das, was ich bisher gesehen habe, ist ja auch so, dass das so relativ authentisch und schon original trogetreu dargestellt wurde. Total. Also gerade, ne, Händler stehen an den Straßen rum, auch mal fahrende Händler sind da. Klar, dann erlebst du irgendwelche streunenden Banditen, nenne ich sie mal, die dann probieren, dich aufzuhalten. Natürlich, klar, aber du machst sie dann platt. Es gibt wirklich viel Leben und viel zu sehen auch, ne? Gerade in den Städten dann oder in der ersten Stadt auch schon, die ich jetzt gesehen habe in der kurzen Spielzeit, wo man relativ zeitnah dann auch schon ist, im Hafen und so weiter. Ja, das ist schon echt alles ziemlich belebt und authentisch, denke ich mal, dargestellt. Da wurde ja auch richtig Recherche betrieben, um das Ganze eben zum Leben zu erwecken und da eine schöne Open World zu gestalten, was ja die erste Open World ist von Team Ninja. Aber dafür haben sie es schon echt super hingekriegt. Und vor allem ist das ja auch so ganz gut, das als Open World so zu sehen, weil das sind auch Zeiten, in der ich eigentlich nicht unbedingt leben möchte. Ja, nee, also es ist wahrscheinlich eine Zeit, wo man nicht so lange gelebt hat oder sehr gut und geschickt im Kampf sein musste, aber dann auch nicht gegen eine Übermacht. Ja, manchmal habe ich auch schon so richtig das Gefühl, dass man so ein Ninja eigentlich ist, beziehungsweise man kann sich halt auch entwickeln über die Charakterentwicklung, was man letztendlich konkret eigentlich möchte, wie man den Charakter spielen will. Man kann wirklich eine Eigenschaft festsetzen, wie man aufgestellt ist für den Kampf und dann erlernt man auch, also ich habe jetzt noch keine weiteren Haltungen, aber da hatten wir schon mal drüber gesprochen im letzten Video, verschiedene Kampfstile und Haltungen. Das wird dann wahrscheinlich noch nach und nach freigeschaltet werden, wird es ja die Vermutung aufgestellt, dass man da wahrscheinlich einen super Lehrer trifft oder so, gehe ich auch mal von aus. Also wie das klappt, weiß ich auch noch nicht. Westliche Charaktere, die spielen ja auch eine große Rolle. Perry hatten wir schon erwähnt als wahrscheinlich den. Ist es der Wichtigste eigentlich gewesen damals, der bekannteste oder gab es da noch andere? Auf jeden Fall, der Mann aus Amerika, der mit dem schwarzen Schiff rüberkam und halt mit den ganzen Kanonen Japan unter Druck gesetzt hat, somit ja. Okay, dann verstehe ich, warum man ihn hier auch ganz am Anfang so zumindest als Antagonisten vorstellt, wenn niemand anderen da als Platzhalter hinpackt. Wie das ausgeht, das müssen die Leute natürlich dann selber rausfinden, wenn sie es irgendwann spielen. Es kommt ja schon am 22. März raus. Bist du da eigentlich wieder dann in Deutschland? Ja, allerdings bin ich auch dann auf einer Geschäftsreise, dass ich noch ein paar Tage warten muss, bis ich es spielen kann. Es sei denn, ich nehme die Playstation mit. Muss ich mal erstmal kurz nachfragen, ob das Hotel irgendwie so einen Fernseher hat, aber mal schauen. Mit so einem HDMI-Port und dann so dahinter, ja. Wäre schon irgendwie möglich. Ja, also ich habe wirklich Spaß. Und ich glaube, dass es dir auch gefällt, gerade wenn du auch eine Open World magst, wenn du Charakterfortschritt magst. Sehr sogar. Und vor allem eine Story. Die Action auch, Action-RPG auch und die Story, darauf bin ich auch sehr gespannt. Also eigentlich gibt es da nur Sachen, die ich mögen müsste. Also ich bin sehr angetan. Es trifft genau meinen Geschmack. Ich bin echt froh, dass ich es jetzt auch spielen konnte und wollte mich nochmal bedanken bei dir. Jetzt mittlerweile als Stammgast hier auf dem Kanal, schon im dritten Video. Das heißt, gerne auch nochmal bei Hiro vorbeischauen von einfach japanisch. Und du machst auch wirklich sehr coole Videos. Also ich habe mir auch einiges angeguckt. Super spannend, wie du mit Stereotypen aufräumst und auch die Sprache erklärst. Da auch nochmal Hut ab. Danke, danke. Geht noch weiter. An der Stelle würde ich sagen, machen wir mal einen Schlussstrich unter diese dreiteilige Videoserie. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich mit dir über Japan, japanische Kultur zu unterhalten und mehr über die Geschichte zu erfahren. Mir auch. Ohne Zweifel. Ja, man merkt auch einfach dein Wissen. Ja, dann würde ich sagen, die Zuschauer können gerne unten Hiro finden in der Verlinkung oder auch gerne die Playstation Original Videos mal angucken. Die vorangegangenen Videos zu Rise of the Ronin, wenn ihr euch da informieren wollt. Und dann ist es ja nicht mehr allzu lange hin zum Release des Spiels. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke auch. Tschüssi. Ciao. Und bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Bis zum nächsten Mal, ich hoffe auch.